Da legt uns jemand Steine in den Weg. Was machen wir da, Stefan? Umdrehen. Umdrehen, nach Hause gehen, nicht beleidigen zu sein. Also gut, kommen wir. . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt gibt es erstmal Abendessen, Raclette mit Kartoffeln und Essegurke. Vielen Dank. Morgen, die Nacht war kalt, mein Schlafsack hat gerade so gereicht. Schaut euch das mal an hier. Alles gefroren. Wir sind abmarschbereit. Es ist marschkalt. Deshalb sage ich jetzt schon mal Ciao. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.